Willkommen zu einem kleinen Infovideo bezüglich zu South Park The Stick of Truth. Ja, es wird man schon im Titel gelesen haben, dass ich das Projekt pausiere. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich abbreche, aber ich pausiere es vorerst. Weiß nicht wie lange, circa, ich sag mal so groblich seit 2-3 Wochen. Aber wahrscheinlich auch länger, weil ich mich kenne. Ne, auf jeden Fall. Ich habe die Lust an dem Projekt, weil am Anfang hat es auch mega Spaß gemacht. Aber ich weiß nicht, das Spiel entspricht ja doch nicht meiner Art, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, ich weiß nicht, das ist für mich halt ziemlich langweilig geworden. Ich weiß nicht, ob ich ein Projekt weiterführen soll, woran ich selbst keinen Spaß mehr habe. Ne, also ich weiß echt nicht. Also ich pausiere es jetzt erstmal und mal wieder sehen, was die Zukunft dann auch so spricht. Wie gesagt, abbrechen, sagen will ich es nicht ganz. Man kann vielleicht meine Meinung ein bisschen daran nachvollziehen. Aber ja, ich hoffe, ich gucke, dass ich dann direkt ein neues Projekt an den Start kriege. Aber ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem weiterhin treu. Dann hoffe ich, wie gesagt, dass ihr mich best in meiner Meinung versteht. Und ich kann jetzt Plays machen, woran ich keine Lust habe, weil das kommt ziemlich blach rüber. Naja, ich würde sagen, das war es dann für dieses Video, beziehungsweise für dieses Infovideo. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Projekt oder nächsten Part von Pokémon SoulSilver. Bis dann, Leute. Haut rein. Ciao. Ciao.